Das war's. Ah, da hoch. Dann würde ich sie gerne nehmen. Ja, ich weiß, ich möchte nur kurz... Ah, warte, hier müssen wir hin. Okay, warte, dann lass ich dich mal kurz nach oben. Uh, hübsches Teil. Da ist ja ein Volltreffer gelandet. Ich hab drei grüne Kräuter. Cool, dann aber gib mal eins. Nice, das kann man gut brauchen. Ich hab genau gesehen, wie du noch deinen Schuss korrigiert hast. Sehr nice, warte mal. Bitteschön. Äh, wie geht das? Ich hab dich gelobt, dass du das kombiniert hast. Äh, auf Kreis und dann kannst du ein Befehl aussuchen. Zum Beispiel sowas wie... Oh, man kann nichts Negatives sagen. Man dankt. So schaut sie mich aus. Rechts aber, wenn ich da ist noch ne Tür. Aber ich hab wieder Munition, immerhin. Das ist doch schon mal was. Einen halben Munitionsdingen. Geht's runter. So, mehr? Oh, na, wenn haben wir denn da? Oh, hast du eigentlich Absätze? Oh, das tut besonders weh. Ah, auch nicht, Muni. Ich hab 15 Schuss und du 20. Okay, das müsste gehen. Jetzt kann man es wieder ein bisschen verteidigen. Warum? Ach, nur so. Arsch gestillt hast. Nein, hab ich nicht. Au. Oh nein, ich glaub, das wird hier voll brutal. Stürzt doch auch gleich alles ein. Überaufsicht sollte hier dringend mal vorbeischauen. Ja. Wow, hier drin ist es noch kälter als draußen. Verdammts. Na? Wo ist doch weniger? Okay. 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 Jetzt müsst ihr euch vielleicht hier, ist das eine Waffe? Na, fast. Ich nehme mal die Blendgranaten. Häckisch. Schauen wir uns mal um, vielleicht gibt es hier noch eine Waffe irgendwo. Nein. Das heißt ja. Oh. Oh, ich glaub, danach wird's böse. Hm, ich glaub, wir grenzen. Warte mal. Vielleicht hier noch. Also, man kann sich irgendwo wieder hochschmeißen. Ich glaub nicht. Also, entweder haben wir sie verpasst, aber ich glaub, sie kommt noch. Verdammt, sie haben uns gefunden. Warte, lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen, lass sie kommen. Nein, nicht vor. Nicht vor. Warum? Weil dann eine Exklusivkiste ist. Oh. Frauen. Einfach nur Frauen. Das macht aber Spaß dazu, Verprügeln. Das macht Spaß dazu. Brauchen wir außerdem für den Dicken. Für den Dicken? Achso, ich dachte, das war... Ich dachte aber auch... Können wir nicht irgendwie Teamwork-Nahkampfangriffe machen? Das klingt doch schön. Schau, da oben geht eine Treppe runter. Und das heißt, wir müssen irgendwo nach oben kommen. Ah, rechts, da ist eine Treppe. Ja, wo bist du? Ich bin einfach direkt nach rechts. Und irgendwo höre ich noch ein. rumstönen. Ist da irgendwo eine? Ah, hinter uns. Komm, spring. Na? Die Gegner sind aber okay. Hier habe ich noch Munition, Schatz, gell? Warte, ich sehe die Waffe. Ich habe 33 Schuss. Ah, hier, komm her zu mir. Nice. Ein Elefantenschlechter. Alter, das ist eine... eine Magnum. Alter, nice. Ich will mal ein bisschen hier den Nachkampf ausprobieren. Ich bin irgendwann verprügeln. Ich habe ordentlich Muni mitgenommen. Du kannst auch mal. Schauen wir uns da lieber noch ein bisschen um. Vielleicht gibt es noch irgendwas halbwegs vernünftiges. Vielleicht eine Munition dafür. Und diese Fässer stehen da, glaube ich, echt nicht nur so umsonst. Ah. Sehr, sehr nice. Au. Wo ist er? Nein. Ich finde immer noch, die hören sich an wie veralterte Knallfrösche. Die man so anzündet und dann schfurzen die nur noch. Kennt ihr das? Toilets. Ne? Ah. Alter, du hast einen Elektroschocker. Das ist ja geil. Das ist nicht schlecht. Die Fässer werden noch gebraucht. Oh nein. Ich glaube, da schalte ich aber doch... Fünf Munitionen? Ne, wir haben keine Munition. Nur eine Pistole. Äh. Boah, du hast Munition dafür. Wie fies. Du doch auch? Mh, mh. Ich hab null Schuss für die... Okay. Ich will mal sagen, ich bin breit. Oh. Oh. Alter, warum hatten der noch die paar... Oh, oh. 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 Schaut sie weg da. Du bist den wohl überzeugt. Der hat's gerade auf dich abgesehen. Boah. Was war denn das für eine Aktion? Los, komm zu mir, du Viech. Okay, einen habe ich. Also einmal getroffen. Äh, ich höre ihn laufen, aber ich sehe ihn nicht. Ja, nach oben. Weißt du, die kleinen Viecher, die hätten auch nicht unbedingt sein müssen, um nebenher. Ah, ich sehe ihn. Ich glaube, er läuft hoch. Ja. Das war zu früh. Aber es ist nicht so schlimm. Vorsicht, Kleines. Da läuft er auf dich zu, gell? Oh, ich bin mal tot, ey. Renn! Oh, fack, was schirrisch. Oh, oh, jetzt hat er es auf mich abgesehen. Nein! Hab ihn. Wieso habe ich keine 5 Schuss? Glaub nach! Ah, ich habe die 5 Schuss. Okay. Okay, danke. Okay, danke, danke, danke. Ich habe es gerade gemerkt. Vorsicht. Komm nicht zu nah, Schatz. Ich hoffe, wir haben es meine 15 Millionen nicht vergessen. Ich rede mit meinen Gossen. Wenn wir das hier überleben. Boah! Wo ist der Dicke? Okay. So, okay. Weg mit dir, Kleiner. Oh, okay. Ich lasse die Kleinen einfach flacken. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das war knapp. aber ordentlich erwischt glaube ich ich glaube uns gehen langsam die fässer aus müssen wir einfach erreichen dass deine pfeiler nur kaputt macht ist bei dem und fasst es ist daneben vorsichtiger hoch schatz und springt wieder runter hat er eine granate geworfen tatsächlich wie kriege ich denn dann bitte an die eckfässer sehr sehr gut hast du auch mit der magnum geschossen diese Mission wird immer komplizierter aber wenigstens sind sie in Sicherheit wir haben noch einiges vor Mathe warte mal hier oh du brauchst dringend leben vor drei Jahren dachte ich will im Dschungel von Südamerika draufgehen Feind hat uns umzingelt das Begriff war mein Team schon tot ich hatte meine Waffe verloren mit einem Messer in der Kugel war ich ihm wohl nicht weh warum erzählen sie mir das oh ich mach dir nicht trotteln das noch mal krottkoll Söldner wie ich wir können uns nicht aussuchen wie wir sterben so ist es eben tja aber dafür werden sie angeheuert oder für Geld zu sterben ist das eine da hab ich die Wahl und los zu sterben das gefällt mir gar nicht oh ein rotes Kraut verraten sie mir jetzt was dieses Scheiß Ding war und warum es mich umbringen will das Ding ist wie die Javo eine bio-organische Waffe die den C-Virus trägt er wird von einer terroristischen Organisation namens Neo Umbrella eingesetzt kann es sein dass man den abschießen muss da hinten Sie wollen ihren Körper in ihrem Blut untersuchen dabei ist uns egal ob sie tot oder lebendig sind es sieht aus wie Augen ich bin nicht ich werde nicht zulassen dass ihnen was passiert Schatz bist du schon weiter? schon ne? nicht mich, nur mein Blut die Welt kann es haben solange jemand dafür bezahlt äh na toll so viel zu meinem Nahkampf ich glaube ich mach da lieber einfach mit der ganz stinknormalen Pistole weiter da geht der Nahkampfangriff auch ähm gibt's hier noch irgendeinen Weg? ich glaube nicht, ne? mehr hast du nichts zu sagen nein oh Sherry, Sherry, Birkin Ja, klar. Ja, aber echt? Du mal deinen Hattding aufladen. Was? Hallo? Hallo? Das wäre so lustig, wenn wir zum Flug gehen wollen und dann kommt wirklich so ein Viecher geflogen.